Und... Jörg ist so zu endlich mal wieder einer Folge Mewidian! In der Nacht... Mal kurz auf die Uhr geguckt... Ah, es ist fast... Fast sieben, wollte ich sagen... Nein, es ist fast siebzehn Uhr! So rum... Warte mal, ich weiß gar nicht mehr, in der letzten Folge... Die Frage ist, von wo sind wir eigentlich... ...bekommen? Drei Pieces of New Mail steht da unten... Ich kann die jetzt nicht so sehen, weil ich ja nur... ...das Ding oben ausnehme, aber trotzdem... Achso, wir haben da... ...viele Energie... Das ist cool! Hallo, was ist jetzt schon wieder los? Ich weiß nicht, ob wir das schon mal gemacht haben... ...aber hey, das ist cool, hab ich gesagt... ...genutzt... Oh Gott, hier, das ist der Hammer! Ein bisschen gesaufen ist so ne gute Idee, oder? Ah! So, da gibt's glaube ich immer die Mails... ...suggestion for GameNove... ...as er only... ...was weiß man, ich kann hier überhaupt nicht... ...Nexus... ...AW-Nexus... ...See what people are saying about William... ...ja, aber gut, wo sieht man denn seine eigenen Mails? Das will und dann auch nicht so dumm werden... ... ...und so ja, das ist jaosis... ...ja, es stimmt... ...und da machst du denn ein kur inneres... ...und so... ...ister- zen perchélli... Na, wer ist das denn? Das ist ganz schön altos. Das ist doch nicht vorbei, aber... Ein bisschen beten. Aber... Mal kurz hinlegen. So, dass wir nämlich beten, wie die mal. Oh, Heilige... Steinraum! Ich erbete dich dazu, dass ich dich verbrüttel. Bam 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 bam. Scheiße, ich hab schon getroffen. Die Tür ist auch gar nicht da. Ah, was wollen die? Wieso haben die denn da Türen, wenn die überhaupt nicht da sind? Entschuldigung. Das ist doch nicht fair. Ja, das ist doch nicht fair. Ich schaue mich gerade hier auf der Mini-Map. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Da gibt es noch mehr Fragen. Wo man Lustquests annehmen kann. Toll, jetzt bin ich wieder hergegangen. Na gut. Gucke ich mir leider noch mal kurz hier was an. Mach ich da fast mit. Anworten. Du hast auch keine Ahnung was alles soll. Ach Leute, wir haben es um das hier zu wissen. Also wieder raus hier. Ach du die Tür. Mal gucken, wie wir erkunden jetzt am besten mal die Türen. Ist da vorne die Gäste. Ja. Ja. Können wir ösen laufen. Ich liebe die Gäste. Sieht ja aus wie diese Antwort. Ran erhoff. Ancient member of the Marien Community. Ran erhoff. Ist das sicher ein Mann und keine Frau? Ran heißt schließlich. Schließlich. Ja. Ich bin aber auch ein Mann und eine Frau. Ähm. Ich weiß es nicht. Verstehen. Wie wird es ja hier? Ich kann es. Ich binassoci. Ähm. Village Idiot Was? Village Idiot? Locally really depends on who you talk to. Okay. Okay, doch, stop. Man, ich krieg mir dieses Häus hier nicht rein. Was für ne gemein sein. Flagge. Flagpole. This flagpole flies the colors of the rebel forces based in the universe. Okay, dieses Video geht bereits früh genug. Was ist das? Soll man hier eine eigene Face? Nachrichtskugel Designer zu üben. Objektbeschreibung. Tova. Stoppest, wir geht an. There is no overlooking Tova. Abelowing and open. Where weirs man who takes life exactly as he comes through the front door of the Lippin' Toad. He is the creator here. Serving drinks. Entertaining. From his self-styled. He was twirmed. Powerful star. He was twirmed. He is the creator. He is the creator. He is the creator. He is the creator. So. ppings. Perfect. He is the creator. He is the creator. Ob der aufhört, wenn ich dann in einem anderen Fenster bin muss. So, ich hab jetzt einfach mal viel gekauft. Ich dachte, das ist doch ganz okay. Ich glaube, das hätte ich nicht mehr, wenn ich in einem anderen Fenster bin. Das bei dem Spiel wie Moodya da ein bisschen unpraktisch ist. Ich muss mal ein bisschen auswählen, als ich auf Vollbild schaue. Das ist echt ein richtiges Vollbild, muss ich sagen. Aufhört. So, jetzt haben wir einen Mark of Stood getrunken. Betrinken ist ja schön, ne? Äh, irgendwie wird er schwindelig, wenn ich betrinken kann. Ich bin auch schwindelig, wenn dem Typ wieder schwindelig wird. Okay, noch drei Minuten Zeit. Ich glaube, da lohnt es sich jetzt nicht mehr, irgendwo in den Wald hinaus zu reisen. Äh, reiten? Äh, reisen? Ach, wie auch immer. Ich glaube, wir machen jetzt mal zum größten Teil Schlaferkundung. Ich weiß nicht, wie die Stadt heißt. Ich weiß auch gar nicht, wo man rausfindet, wie die Steppe heißt. Wüsste ich eigentlich ganz gerne. Ich habe mal ganz kurz bei was anderem geguckt, was da so los ist. Ich bin nicht able to go anywhere. Doch, das ist eine Tür! Mann! Ich laufe immer zu den Türen, wo ich über den Grund, wo ich rein will. Die sind irgendwie immer unable to go anywhere. Und dieses Video dann gleich auch schon be-eng-deng. Be-eng-deng, be-eng-deng. So ein bisschen den Po an der Kugel wärmen. Und noch etwas anderes, viel wichtigeres, nämlich bei den Spieladventuresagen.